Also, warte, schauen wir uns mal den schlechtesten Spieler der Welt an. Weil das ist wirklich das schlechteste Spiel. Die Demo in Super Mario Bros. ist original der schlechteste Spieler der Welt. Schau ihn dir an. Schau, was er aufführt. Wenn es euch nur eine Demo wie du vorher gespielt hast. Haha, Spaß. Geht's jetzt wieder los? Jetzt geht's mal wieder vorne. Ja, es ist halt so. Ich höre gar nichts mal wieder. Man soll den Soundtrack auch nicht hören, sonst will er uns... So, soll ich wieder aufdrehen? Shigeru, nein, nein, nicht ganz, so ein bissel. Ah, so ein bissel. Ich bin im ersten Bumba gestorben. Das werden so ärgern, gell? Ja, okay, dreh's halt ab. Warte, wir müssen. Luigi ist schon drin, das ist ja arg. Da steht noch dem Zettel, Ton okay, Licht okay. Also alles okay. Ja, das ist natürlich okay. Double jump! Nein, weißt du, wie das geht? No. Du musst genau, wenn du den Pilz berührst, musst du springen drücken und dann gedrückt halten. Wenn du das richtig machst, dann fliegst du einfach weg. Welches Röhr kann man da? Und das nächste. Aber dann verpasst du das One-Up. Das ist immer das Pay-Off. Weißt du lieber ein One-Up oder ein Real? Dann musst du selber für dich entscheiden. Mir ist das One-Up meist lieber. Gut, du hast beide Gummis von unten erwischt. Das ist ja richtig toll. Styler-Punkt? Styler kriegst du nicht. Nein, das macht jeder Spieler. Styler-Punkt ist nur etwas... Styler-Punkt, dir muss schon etwas Besonderes bleiben, okay? Zum Beispiel Hose raufziehen. Das ist ein Styler-Punkt. Okay. Gell? Und apropos Styler, soll ich verraten? Ja. Soll ich verraten? Ja, jetzt ist auch schon wurscht. Ja. Wir wollten am Donnerstag einen Stream machen, wo der Marni-Styler so ein großes Comeback feiert. Aber dann haben wir gesagt, nein, Freitag ist ja noch besser. Dann haben wir gesagt, nein, in zwei Wochen, ob es nochmal verschoben wird, wir sind auf der Spur. Ich habe auf Facebook vor kurzem ein Fergie-Story-Update gepostet und im letzten Satz habe ich geschrieben, bleibt auf der Spur. Sehr gut. Und da habe ich mich richtig toll gefühlt. Irgendjemand, ich glaube es war, was Danny Fred nennt, Danny Fred war schon ewig nicht mehr. Wer war das? Was? Der, bissl, der, der, ich habe keine Ahnung, was du jetzt eigentlich willst, du musst dich wenigstens ein bisschen ausdrücken. Unser reifster Zuseher. Dominik? Ja. Außer der Matke Baba, der ist ja, der ist ja part of the crew. Also unser reifster BLB-Herz. Ja. Nicht Dominik Didi, nein, der ist auch, der ist auch ein sehr guter Kerl. Russen-LB, meinst du? Nein, auch nicht Russen-LP. Nein. Du beleidigst gerade alle anderen außer den einen, die du meinst. Nein, ich meine, der, der Letun natürlich. Ach so, okay. Ja, und der hat gesagt, ob wir Pen & Paper kennen von Rocket Beans. Ja, jetzt. Damals kannte ich es noch nicht. Aber jetzt habe ich es mir alles angeschaut, alle drei Teile. Aber nix Spoilern, ich bin erst bemerzt. Ich finde, das ist eines der lustigsten Sachen und es ist es auf jeden Fall wert, es anzuschauen. Matt Kipps schreibt dabei, vor allem euch Obscure Let's Battle sein, da kommt mir I Toll Play 1, 2, 3 in mein Gedanke. Das wäre lustig. Ja, schon. Aber was auch lustig wäre, I Toll Monkey Mania. Schon. Ja, Monkey Mania, das müssen wir spielen. Warte, man muss jetzt in die 3er und von da? Nein, 4er. Aber du hast gesagt, da kann man gleich in die 5er oder so? Nein, von der 4er kannst du dann gleich in die 8er eigentlich. Okay, passt. Von der 4er kannst du ja überall hin. Okay. Ja, ich will schon unbedingt wieder ein Let's Battle machen. Aber jetzt Obscure, also nicht so Mashed. Ja, das ist ja klar, dass wir ein Mashed in Let's Battle machen. Gemashed ist das nächste. Ist ja schon, steht ja schon fest. Aber es kommt noch, es kommt noch alles Mögliche. Ich will auch eine Ketsuzocker League, das will ich auch mal wieder komplett spielen. Affenfußball. Ja, das haben wir schon eigentlich damals. In den guten alten Zeiten, weißt du noch? Dann haben wir schon Affenfußball. Aber ich habe so Lust wieder auf Affenfußball. Ich würde das gleich nochmal. Und Hedgeworst. Und kannst du nicht reden? Mugen. Das wollten wir auch schon mal betteln. Kam aber auch nie dazu. Ja, aber bei Mugen ist man dann auch irgendwie, dass wir die Karte... 4 Zuseher! Ja, hallo! Wir haben die Bude langsam voll. Also 4 Zuseher. Das kann nicht denn jeder Streamer von sich behaupten. Aber ich finde das so blöd, dass du warte, das spielen kannst. Ja, dann wärst du nicht gestorben. Tot mir leid! So geht das bis zum Beispiel. Okay, an alle Zuseher. Heute gibt es wieder ein Gewinnspiel. Wer rät, wer das unter uns ist, das Bild hier unten, was gewinnt er? Warte, du wolltest mir da... Wer gewinnt ein Zuckerl. Ja, dann musst du ein bisschen weiter nach rechts. Ich mach jetzt alles aus. Ich mach jetzt alles aus. Es ist das fünfte von links. Ich hab's... Ich kann mich erinnern. Es ist das fünfte von links. Sagen wir... Viel weiter. Das ist noch lange nicht. Ist es das erste gleich? Nein. Ich geh ein bisschen weiter. Ich muss das Ende schon sehen. Ja, da, da ist es. Ungefähr da. Irgendwo da? Das fünfte von... Ich glaub das, wo du schon einen Hackerl drin hast. Ich glaub... Nein, dann das weiter drüben. Da? So weit drüben? Nein, rechts, da. Nicht so weit drüben. Es ist ganz am Rand eigentlich. Nicht ganz am Rand. Du hast es... Ja. Okay. Party! 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Wo kommst ihr denn her? Erklär. Während ich spiele. We are from Austria. Also... Also Wien, Österreich. Aber wo kommst du denn her? Ist jetzt die... Ist jetzt die Gegenfrage. Man muss ja... Man muss ja ein bisschen Kommunikation pflegen. Solange ich mich nicht verspreche. Was mir immer passiert in den ersten 10 Minuten der Aufnahme. Aber dann... Na da, die Wobson, dass sie verpasst. Da ist die Wobson. Dann sag mir doch, wo das ist. Ja, ich hab doch, du kennst dich ungefähr ein bisschen aus dem Spiel. Jetzt ist es wurscht. Den... Den musst Weltfirma schaffen. Da, ich geh einfach... Ich bring da rauf. Ja. Das ist aber die andere Wobson, gell? So lange Wobson. Okay. Ja. Mir ist egal, wie du spielst. Ich spiele ja selber. Aus Bayern! Ah! Das ist natürlich schön. Ich war zwar noch nie dort, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort sehr schön ist. Das ist der Dialekt ja ähnlich wie in Wien. Ja, das habe ich auch gehört. Was ist das? Was ist das? Wo geht es dazu? So? Da ist es... Du kannst doch eh rauf. Da hätte ich rauf können. Du hast ja noch nicht mal... Ich spiele mal Welt 4 normal. Ich steppe nur zu der Welt, wo ich als letztes war. Jetzt bin ich ganz am Anfang schon. Ich mache ein bisschen einen Speed ran, damit dem Zuseher nicht langweilig wird. Wenn ich mich erinnern kann, wo es lang geht. Ich werde aber trotzdem nicht den Shortcut nehmen. Weil ich will nicht wieder gleich sterben und dann alle Leben verlieren und dann alles nochmal machen. Mach jetzt... Ich will jetzt die One-Ups collecten. Nein, mach die A-G, mach die A-G-Worbson. Durch die A-G-Worbson. Da gibt es die Normale und die Kanale. Ja, werde ich machen. Ich werde die Worbson zu Welt 6 machen, weil da bin ich gestorben und da will ich wieder hin. Darum funktioniert bei uns aber nicht der Halte-A-Trick, damit du gleich... Also, ja, Halte-A, du hast letztens gesagt Halte-B und da ist nicht... Ich weiß nicht, was mich halten muss. Wir halten einfach beide Tasten. Habe ich auch letztes Mal, hat auch nicht geklappt. Also, ich will schon mal Hose raufziehen. Hose rauf! Tja, Klack hat es gemacht. Dann wollen wir jetzt wissen... Party! 1, 3, 3, 3, 3, 2... Streamst du auch? Was ist dein Business auf Twitch? Denn wir wollen uns ja mit unseren Zusehern auseinandersetzen. Macht ja eigentlich jeder. Und das gehört sich halt auch so. Nicht wahr? Was sagst du dazu? Ja, sicher. Ja, genau. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Denn auch 100 Münzen. Man darf es nicht vergessen. Bringen. Eventually ein Leben. Ist eventually ein toller Begriff. Ja, ist sehr gut. Okay, danke. Die Juhu-Werbungen sind auf dem Disney Channel zurückgekehrt. Juhu, Juhu. Juhu, Juhu. Juhu ist meine Lieblingswerbung. Für was sind die Werbungen? Für so ein kleines Littles Pet Shop abklatscht den. Oh, okay. Das ist Juhu. Das ist mein Lieblings-One-Up, weil das kennt nicht jeder und ich hab's gerade versaut. Das kennt jeder da oben, bitte. Nein, du hast das nicht gekannt. Sicher. Sogar ich gekannt. Du kennst dich mit dem Spiel gar nicht. Schau, das ist lustig. Da kannst du jetzt zum Beispiel... Schau, was ich da für einen Styler-Punkt jetzt abkassieren werde. Du machst ein Muster rein. Da schreibst du irgendwas rein, oder was? Ein T? Oh, er schreibt. Achso, was wird das? Na, warte, falsch. Ich bin jetzt der Bildhauer hier. Und du sagst noch, du machst deinen Speedrande jetzt durch. Nein, das muss sein. Was fängst du da? Das hab ich letztes Mal vergessen. Versteh das doch. Zwei T's? Der Bildhauer. Nein. Wer arrät, was das sein soll? Zwei... Hä? Zwei T's? Nein. Ein Gesicht? Ja! Warte, du hast noch nicht ein Fertigbild gehauen. Das kann man nicht schauern. Das geht nicht, aber... Mach mal so einen Schlecki-Mund, okay? Ja. Bäh. Nein, schau dir jetzt her. Jetzt mach mal so einen O-Mund. Das ist ja cool. Jetzt ist es so gleich... Jetzt ist es so... Also... Oh, das O-Besluft der Seite. Ja, ist mir jetzt auch egal. Was schreibt? Pate! Spielt ihr dann auch mal der Smash Bros 3? Also Smash Bros sind wir nicht die größten... Bros? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du meinst Fans? Nein, ich hab nichts gegen Smash Bros. Aber ich bin mit der Serie nicht sehr vertraut. Und genau aus diesem Grund will ich die gern spielen. Aber ich bin da ein echter Noob, wie man ja sagen darf. Ja, ich... Also... Wir haben nur das für die Wii. Da ist das Gesicht bei dir das Gesicht. Ah! Wir haben nur das für die Wii. Das... Das Brawl, oder? Ja. New Super Mario Smash Bros. Ich hab's eigentlich nicht so viel gespielt. Also von uns kommen... Angeblich ist ja... Melee das Beste. Aber das Dreier ist ja dann... Schau, hier ist noch ein One-Up. Aber das kommt nur, wenn man die Warp-Zone genommen hat. Achso. Trivial. Aber es gibt für... Für Brawl, da gibt's ja... Wenn man's... Mods. Ja, wenn man's am Emulator spielt, gibt's ja U-Filen. Es gibt ja... Uuuuuh! So schade. Er hat sich zu viel getraut. Es gibt ja auch so eine Mod, die macht das dann so... So Melee-ähnlich, oder? Ja, angeblich. Soweit ich mich daraus glaubt. Angeblich. Und ich kenn mich da nicht sehr weit aus. Verkehrter Sprung. Wow, Styler. Wow, Styler. Wow, Styler. Jetzt verkehrt ins Ziel. Schaffst du das? Dann gibt's nur zwei Styler-Punkte. Ich will diesen Block lieber looten. Für was bringt das? Das wäre schon auf die Punkte. Das sind Münzen. Ach so. 100 Münzen ist ein Leben. Und Leben sind wichtig in dem Spiel. Ach, das ist so wie bei Crash. Aber ich leake das. Like das. Leake das. Was? Matt Kipp, leake das? Das Smash? Das Drian? Ja, dann müssen wir... Also... Also wenn Matt Kipp das nächste Mal da ist, oder vielleicht nicht das nächste Mal da verringern, wenn er da ist, dann können wir Smash spielen. Hier gibt's den Glitch. Achtung, schaut alle her. Aber das normale... Diesen Glitch kennt ja noch keiner, gell? Den kennt eigentlich schon jeder. Ooooooooh! Mario kam raus. Der wird der Raum zu gern. Patti schreibt. Entschuldigung, Patti 1, 3, 3, 3, 3, 2 schreibt. Und wie wäre es mit Mario Plus 3? Ja, das spielen wir sicher irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Also wir spielen jetzt mal... Wir haben jetzt gerade die Mario-Serie angefangen mit dem Spiel. Wir können vielleicht mal ein bisschen aufzählen, was wir davor schon gespielt haben. Wir haben Spyro gespielt. Wir haben den ersten Teil. Also es war... Matt Kipp gibt mir dann noch Rechen. Ja, gut, dass du mich unterbrichst. Dankeschön. Ja, dass die Kommentare immer auf meiste. Ja, ja, das nennt sich Project M. Das mit dem Mädel. Schon hier ist die Waps und schau. Ja, dann... Achtung. Dann kletterst du hier hoch. Und dann bist du hier im Pilzwunderland. Sehr gut, das ist das. Ich habe ja, ich habe den Stream auch schrummlerd genannt. So passt das ja nicht. Huch's auf. Und huch's auf. Jetzt erklär, was wir alles schon haben. Da, ich gehe jetzt nicht zu Welt 7 oder 8. Nein, ich gehe zu Welt 6. Ich will alle Welten schaffen. Ja. Jawohl. 5 Leben, das muss ich ja locker schaffen. Ich dachte, du willst das Speed ran. Nein, ich will alle Welten schaffen. Es ist eigentlich Warpless, okay? Wir machen zwar War, ja. Aber nur, damit ich wieder in die Welt hinkomme, wo ich zum letzten Mal ein Gameoba bekommen habe. Und ich werde jetzt ausnahmsweise mal nicht alle Styler-Punkte versuchen abzukassieren, sondern mich tatsächlich anstrengen. Wow, wie viele Styler-Punkte gibt's dafür? Schau euch den Style an. Okay, danke. Verkehrt, verkehrt! 4 Styler-Punkte. Dankeschön. Also, was wollte ich sagen? Wir haben gespielt Spyro, wir haben gespielt Crash Bandicoot, wir haben bis jetzt sehr viele Playstation 1-Spiele eigentlich gespielt. Aber jetzt gehen wir mal in die Welt von Nintendo. Haben Mario 1 begonnen und spielen natürlich danach Mario 2 und Mario 3 und Mario 64 und Super Mario World und Mario Sunshine und Mario Part. Ja, wir spielen alle Marios. Aber man muss natürlich mit dem ersten anfangen. Und das tun wir. Aber nein, wir hätten mit Donkey Kong anfangen sollen. Eigentlich. Was ist mir jetzt eigentlich egal? Man kann den Double Jump machen und du weißt, dass ich mir das nicht entgehen lassen will. Ich bin diesen Glitch wirklich gewachsen. Zumindest hab ich das Gefühl. Er hat sich schon angehalten. Das ist einfach der lustigste Glitch und man fühlt sich so gut, wenn man ihn... Wow! Und, und... Matt Kipp schreibt noch. Ah ja, der Game Over Trick. Da muss man A und B drücken. Aber das habe ich letztes Mal gemacht und es hat nicht funktioniert. Ich hab's nicht gemacht. Ich mach's. Vielleicht müssen wir's beide machen. Ich weiß nicht. Im Einzweißspieler-Modus habe ich das auch schon zusammengebracht, aber im Zweißspieler-Modus ist es wohl eine andere Geschichte. Patty fragt. Und wie lange streamt ihr heute noch? Bis 22 Uhr. Also wir streamen grundsätzlich immer Samstags und Montags. Also Samstag und Montag und immer von 20 Uhr, manchmal gibt's Verspätungen, bis 22 Uhr. Also pro Woche insgesamt vier Stunden. Ist nicht viel, aber wir machen ja nebenbei auch auf YouTube, eigentlich machen wir die Streams nebenbei. Wir machen hauptsächlich auf YouTube andere lustige Sachen. Make-up-Videos. Ja, ja, ja. Ja? Lüge jetzt nicht. Ich hab letztens in der Zeitung gelesen, irgendein YouTube-Star, die Make-up-Videos macht, war in der Shopping-City, glaube ich. Und es sind urviele Leute hingekommen. Echt? Wow, das ist ja voller Pibes, diese Welt. Ja, voller Pibes. Ich glaub, Welt 6 ist die Pibes-World. Oh, nix geschafft. Oh, nix geschafft. Oh, nix geschafft. Der slidet durch. Wow. Dass er sich da nicht den Kopf anhaut. Nein, er hat ja die Faust hier, gell? Ja. Nur die dummen Leute glauben, dass er wirklich mit dem Kopf das macht. Auch im Super Mario World Cartoon macht er das mit dem Kopf. Weil die dummen Macher von dem Cartoon sich die Spiele nicht genau angeschaut haben. Genauso wie im Mega-Man Cartoon Proton-Man böse ist, obwohl er nie wirklich böse ist. Das ist schlimm. Dumm, wenn Menschen Cartoons machen von Spielen, die sie gar nicht so genau kennen. Schau, Matke schreibt, das ist wichtig. Ups, A und B und dann Start beim Game Overscreen, habe ich gelesen. Ah, das kann sein. Also Start gedrückt halten, oder was? Oder wenn man stirbt. A und B und dann Start, so kann man den Game Overscreen skippen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Vielleicht muss man ihn skippen. Mit A und B gedrückt. Das ist der Level, wo ich letztes Mal gestorben bin. Und ich habe gesagt, das ist vielleicht einer der schwierigsten aus dem ersten Teil, aber er ist trotzdem nicht schwierig, weil Super Mario Bros. 1 generell nicht sehr schwer ist. Sex zu sehr schreit, Matke, aber eigentlich sind das nur Fünf. Ja, ich sehe da auch noch. Aber hier gibt es einen Glitch. Ich weiß zwar nicht genau, wo. Einmal drücken. Man kann hier irgendwie die Bullet Bill, den Kugel-Willi, zu einer Wippe umfunktionieren. Ich glaube, es ist ungefähr hier. Soll ich es versuchen? Mhm. Okay, ich werde es ein paar Mal versuchen. Wenn ein Kugel-Willi überhaupt kommt. Nein. Nein, das ist mal wieder typisch der faule Willi. Keine Munition mehr. Okay. Okay, dann halt nicht. Das ist mir auch egal hier eigentlich. Ja, wirklich, da kam einfach keiner mehr. Alle ausgeschossen hat der Bau. Der Bowser, aber ich nenne ihn nur Bau. Ja. Einmal drücken. Jetzt kommt das Castel. Ich glaube, das ist ein schweres. Ich glaube, entweder 6-4 oder 7-4 ist für mich das schwerste. 8-4 ist zwar eigentlich das schwerste, aber das kennt eigentlich jeder, weil sich jeder gleich zu Welt 8 kippt und kaum jemand spielt Welt 6 und Welt 7. Ich habe, glaube ich, auch erst einmal gespielt. Natürlich. Obwohl ich das Spiel schon oft durchgespielt habe. Klar, weil es kippt sich nicht zu Welt 8. Wie viele Welten hast du jetzt schon geschafft? Alle bis jetzt? Was meinst du? Was ist das jetzt für eine Frage? Ja, ich meine, wir haben uns ja mit Warps und uns... Okay, jetzt schießt er die Hämmer. Und jetzt ist es natürlich sehr schwer. Wie nah kommt mir der? Jetzt musst du durchschauen. Und... Um zu und... Nein, das war's. Jetzt. Der Feuerball irritiert mich da noch zusätzlich. Der kommt nicht. Ja, wow. Oh, wenn er weggeht. Jetzt kann er... Hier doch! Ah, Feuerball drunter! Juhu! Egal. Egal. Ich hätte einfach abschießen können. Was sagst du nicht früher, was? Das wäre ja nicht zu spannend. Stimmt. Aber dann kann man ihn enttarnen. Wenn man Bowser mit Feuerbällen besiegt, dann sieht man, wie er wirklich ist. Weil die Story von dem Spiel ist irgendwie, Bowser hat sieben Klone von sich erschaffen. Ich weiß es nicht. Wieder eine Schneewelt. Oh, das ist jetzt die Kugelbillywelt. Ja. Ja, ja. Bau oder King Cooper? Bau. Bau. Juhu! Aber mit den Kugelbilly-Kappen klitschen. Wow, Styler-Punkt. Verkehrt, verkehrt! Wow, Styler-Punkt. Oh nein, die Hammer Brothers. Das sind die schlimmsten. Gegner! Okay, tschüss. Mario Brothers. Ich bin in die Pflanze. Ich bin gegessen worden. Jetzt kann man ruhig sagen. Das wäre nur die erste Bonus. Was ich immer lustig finde, in Mario All-Stars. Wow, Double Jump! Da ist er im Hintergrund so ein riesiger Mario. Und der macht es so. Ah, Bonus! Und das freut mich eigentlich. Ich finde es echt toll, dass Mario sich die Mühe gibt, die Kinder zu überraschen. Bin ich jetzt zurückgeworbt worden? Ja, das ist ja ein schöner Scham. Die sind so... Ich warte jetzt einfach, bis er ganz rauf springt. Mir ist es jetzt egal. Oh, sehr gut. Da war noch sein Brother! Sein Hammer Brothers. Styler. Wie viel? Ein. Wie wenigstens nur eine für... Nein! Was? Wie viel Leben hast du? Ich will mich nicht aufregen. Ich bin ja kein Frust-Let's Player. Aber apropos Frust-Let's Player. Wer kennt den guten Let's Player-Kumpanen? Serac! Ich habe ja X gedrückt. oder A oder B. Aber wir spielen jetzt hier ja mit PS3-Controller. Und deswegen bin ich so schlecht. Ja, ich finde es wirklich, es ist etwas schwieriger zu spielen mit dem PS3-Controller, weil ich bin das Spiel schon gewöhnt mit dem NES-Controller zu spielen. Ich habe es ja, hol es schnell aus dem Schrank, während ich jetzt spiele. Ich habe es ja, kurz sie mit dem PS4-Calem betätten, weil ich den PS4-Tarten für mich zu machen. Ich habe es ja mit dem PS4-Tarten. Ich habe es ja mit dem PS4-Tarten.